Lesen und Hören Schneewittchen nach den Brüdern Grimm Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel. Eine Königin saß an einem Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Während sie nähte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und drei Tropfen Blut fielen in den Schnee. Das Rot sah so schön aus auf dem weißen Schnee, dass sie dachte, ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarz wie dieses Holz. Bald darauf bekam sie wirklich ein kleines Mädchen, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und hatte Haare so schwarz wie Ebenholz. Deshalb nannte sie es Schneewittchen. Aber leider starb die Königin kurz nach der Geburt. Nach einem Jahr heiratete der König eine neue Frau. Diese Königin war sehr schön, aber auch stolz und eitel. Sie konnte es nicht ertragen, wenn jemand schöner war als sie. Sie hatte einen Zauberspiegel, vor dem sie oft stand und fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Da wurde die Königin sehr wütend und neidisch. Von da an hasste sie Schneewittchen, weil sie die Schönste im Land war. Schneewittchen wuchs heran und wurde immer schöner. Eines Tages rief die böse Königin einen Jäger und sagte, Bring Schneewittchen in den Wald, damit sie nicht mehr nach Hause zurückkommt. Und damit ich sicher bin, dass du sie wirklich getötet hast, sollst du mir ihre Lunge und ihre Leber bringen. Der Jäger nahm Schneewittchen mit in den Wald, aber als er das Mädchen sah, bekam er Mitleid. Lauf weg, armes Kind, sagte er, und komm nie wieder zurück. Dann tötete er ein Wildschwein und brachte der Königin die Lunge und die Leber als Beweis. Schneewittchen lief den ganzen Tag durch den Wald, bis sie am Abend ein kleines Haus fand. Sie ging hinein und sah, dass alles darin sehr klein war, aber sauber und ordentlich. Auf dem Tisch standen sieben Teller mit Essen und sieben Becher mit Wein. Schneewittchen hatte großen Hunger und aß von jedem Teller ein wenig und trank aus jedem Becher einen Schluck. Dann ging sie in das Schlafzimmer, wo sieben kleine Betten standen. Sie legte sich in eines der Betten, das genau die richtige Größe für sie hatte, und schlief ein. Als es Nacht wurde, kamen die Besitzer des Hauses zurück. Es waren sieben Zwerge, die im Bergwerk arbeiteten. Sie gingen ins Haus und sahen, dass jemand da gewesen war. »Wer hat von meinem Teller gegessen?«, fragte der Erste. »Wer hat aus meinem Becher getrunken?«, fragte der Zweite. »Wer hat in meinem Bett gelegen?«, fragte der Siebte. Als er Schneewittchen dort liegen sah, rief er die anderen, und alle waren sehr erstaunt. Aber sie ließen Schneewittchen schlafen. Am nächsten Morgen wachte Schneewittchen auf und erzählte den Zwergen ihre Geschichte. Die Zwerge sagten, »Wenn du hier bei uns bleiben und für uns kochen, waschen und putzen willst, kannst du bei uns wohnen.« Schneewittchen war damit einverstanden und lebte von da an bei den Zwergen. Inzwischen dachte die böse Königin, dass sie nun die Schönste im Land sei. Aber als sie wieder ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«, da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr.« Die Königin wurde wütend, denn sie wusste, dass der Jäger sie betrogen hatte. Sie beschloss, Schneewittchen selbst zu töten. Sie verkleidete sich als alte Händlerin und ging zu dem Haus der Zwerge. Dort bot sie Schneewittchen schöne Schnürriemen an. Schneewittchen ließ sich von der alten Frau den Mieder schnüren, aber die Königin schnürte es so fest, dass Schneewittchen keine Luft mehr bekam und in Ohnmacht fiel. Als die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen und machten das Mieder wieder auf. Schneewittchen kam wieder zu sich und erzählte, was passiert war. Die böse Königin versuchte es ein zweites Mal, diesmal mit einem vergifteten Kamm. Aber auch dieses Mal konnten die Zwerge Schneewittchen retten. Beim dritten Mal machte die Königin einen vergifteten Apfel. Eine Hälfte des Apfels war vergiftet, die andere nicht. Sie ging wieder als alte Frau verkleidet zu Schneewittchen und bot ihr den Apfel an. Schneewittchen wollte ihn zuerst nicht nehmen, aber die Königin biss in die unvergiftete Hälfte, um zu zeigen, dass der Apfel ungefährlich war. Schneewittchen nahm dann die andere Hälfte und biss hinein. Kaum hatte sie das getan, fiel sie tot zu Boden. Die Zwerge konnten Schneewittchen dieses Mal nicht retten. Sie legten sie in einen gläsernen Sarg, weil sie so schön war. Eines Tages kam ein Prinz vorbei, der Schneewittchen sah und sich in sie verliebte. Er bat die Zwerge, ihm den Sarg zu geben. Während die Diener den Sarg trugen, stolperten sie, und das vergiftete Apfelstück fiel aus Schneewittchens Mund. Schneewittchen wachte auf, und der Prinz nahm sie mit in sein Schloss. Die böse Königin fragte wieder ihren Spiegel, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist noch schöner als ihr.« Vor Wut ging die böse Königin zum Schloss und wollte Schneewittchen vergiften, aber sie wurde entdeckt, und zur Strafe musste sie in glühenden Eisenpantoffeln tanzen, bis sie tot umfiel. Und Schneewittchen und der Prinz lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nun ist das Märchen aus. Und Schneewittchen und der Prinz lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.